Willkommen zurück zu einer neuen Folge Super Mario Maker 2 One Level Per Day. Hybi Quiz von NDRSMG. Wie gut kennst du Hybi? 603 Leute haben es gespielt, 2387 Versuche gab es. Äh, 603 von 2387 Versuchen waren erfolgreich. So, ein Abschlussrate von 25,26%, 793 Leute haben es gespielt, ist jetzt die richtige Antwort. Und 160 Herzen hat es bekommen. Gut, hier muss man dazu sagen, die Herzen hat es bekommen, weil das Level in dem Augenblick um einen YouTuber geht. Und hier natürlich dann die Zuschauer ihm die Herzen geben. Ja, bei mir ist das jetzt in dem Augenblick nicht der Fall. Wenn mir jemand irgendein Level macht oder sowas, dann gebe ich ihm da kein Herz oder so. Und ich würde mit euch hundertprozentig wetten, wenn ich jetzt gucken würde, das sind alles Hybi Zuschauer. Insofern, ne, wer Hybi nicht kennt, gebt einfach mal bei der YouTube Suche Hybi ein. Dann findet ihr das schon entsprechend. Insofern, ja, Hybi hat wenig Zeit meine Videos zu gucken. Ich habe gering Zeit, seine Videos oder Streams zu gucken. Insofern, weiß ich nicht, ob ich da alles sagen kann, aber ich sage euch, viel Spaß bei diesem Video. Haha! Super Mario Maker 2! So, erstmal machen wir das Hybi kaputt. Und jetzt ist er, also insofern ist der Hybi jetzt nicht mehr Hy, sondern nur noch Bi. Nein? Okay. So, und so wie es aussieht, wir brauchen Kommentare. Und das Kommentieren ist aus, was ich schade finde. Kommentare sind an, aber es sind keine Kommentare da. Ja, nice! Der Hybi Quiz, 1, 2 oder 3. So, äh, dadurch, dass Bi in dem Augenblick für auch 2 steht, ne, beziehungsweise, ne. Ich möchte es nicht weiter aus genauer eingehen, gehe ich jetzt mal hier in die Mitte und das war richtig. Ja, also, sorry Leute, also. Überlegt mal, das hat 160 Hertz in Tür. Pick a path. Oh, Mann. Wow, Glück. Gut, hier komme ich wieder raus. Level nicht fertig gebaut, danke. Was ist das für ein Quiz, wenn da keine Kommentare an sind? Was soll ich da raten? Ist das erste, äh, keine Ahnung, wie oft geht Hybi am Tag auf Toilette und das zweite, äh, wirft muss er gehen oder? Und das dritte ist dann, wie viel Freundin hat er bisher gehabt? Ja, keine Ahnung, was weiß ich. Mann, Leute. Ja, moin. Ich wollte gerade schon sagen, komm, jetzt gib mir noch einen Softlock. Was erwartet er von einem? Und jetzt überlegt mal, wo hat das 160 Hertz in der? Das Level hat keine Struktur. Oh, Mann. Komm, Herr Bowser. Junior. Wenn ich mich trollen würde. Oder wenn es ein Trolllevel wäre. Also in der SMG, ich hoffe wirklich, dass du mit diesem Level nicht ernsthaft dir irgendwelche Hoffnung gemacht hast, dass du da ein gutes Level gebaut hast. Denn ich muss dir ganz ehrlich sagen, das ist einfach nur, und dafür muss ich dir leider auch, es tut mir leid, ein Buch geben. Einfach nur pick a pie, pick a path. Ja, du hast wahrscheinlich, und das ist jetzt meine Vermutung, du hast wahrscheinlich Fragen und Quiz-Sachen drin hingeschrieben. Und hast so viele negative Kommentare gemacht, dass du die Kommentare ausgemacht hast. Und dadurch, dass du die Kommentare ausgemacht hast, sind deine Kommentare auch nicht mehr verfügbar. Das heißt, das Level ist gar nicht rein theoretisch machbar. Es ist gar kein Quiz. Es ergibt gar keinen Sinn mehr. Insofern, ja, das Level, es muss runter von der Plattform, in dem Augenblick, es muss ein Buch bekommen, weil es hat gar keinen Sinn. Es ist nur ein, wähle einen Pfad, pick a path, ja, und mehr ist es nicht. Es tut mir leid, also, ja. Ja, äh, wenn dir Hybi dafür echt ein Herz gegeben hat, dann wirklich nur, weil er, es tut mir leid, Mitleid hatte. Ich habe jetzt schon so oft gelacht, es tut mir leid, aber es ist nun mal so, er hatte dann Mitleid oder, keine Ahnung, geistig umnebelt. Ich kann es nicht sagen, ja, aber das ist definitiv kein gutes Level, wo das 160 Herz näher hat, ist wirklich rein theoretisch einfach nur, weil der Name Hybi da steht, ja. Insofern sage ich danke, bis zum nächsten Mal und ich bin euer Truhaut Rhein. Tschö, tschö. Tschö, tschö. Bis zum nächsten Mal.